Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 81 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1450 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.